Staatssekretärin, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. In der vergangenen Woche hat ja der Prozess gegen KIK in Deutschland begonnen. Es bezog sich auf den Brand eines Fabrikgebäudes in Pakistan, wo 259 Menschen ums Leben gekommen sind. Und Herr Müller ist ja sehr bemüht, mit der Textilindustrie Vereinbarungen über bessere Produktionsstandards zu treffen. Das steht immer wieder vor dem Aus. Und es ist auch sehr branchenspezifisch. Wir haben jetzt Berichte über katastrophale Arbeitsbedingungen in der Spielzeugindustrie diese Woche aus den Medien entnehmen müssen. Und vor diesem Hintergrund frage ich Sie, ob es nicht so wie Herr Müller das in seinem Interview in der Süddeutschen Zeitung auch ausgedrückt hat, grundsätzlich sinnvoll wäre, Standards für eine faire Produktion zu definieren. Zum Beispiel ganz konkret Mindeststandards für die Gebäudesicherheit und für den Brandschutz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie wissen, dass wir uns in dem Kontext vor dem Hintergrund dessen, was die WTO uns vorgibt, beziehungsweise was an Verhandlungsergebnissen bei den entsprechenden WTO-Verhandlungen herauskommen, letztendlich bewegen müssen. Und Sie wissen, dass wir nicht auf diese Verhandlungsergebnisse warten wollen, sondern proaktiv vorangehen wollen. Deshalb auch das starke Engagement der Bundesregierung und insbesondere des Bundesministers im Rahmen des Textilbündnisses, dort tatsächlich alle Akteure gemeinsam an einen Tisch zu holen und die Produktionsbedingungen in den entsprechenden Produktionsländern ganz konkret zu verbessern.